servus leute und herzlich willkommen zu donker country topical freeze ich habe euch eine meldung zu sagen und zwar ist der folgende part wieder ohne stimme ich weiß es nicht warum das so ist ich verstehe es nicht mein mikro geht immer zu aus ich weiß es nicht es geht bei jedem projekt immer einmal frei außer bei donker country ich weiß es nicht ich verstehe selber nichts ist das zweite mal gut ich kann dafür gar nichts ich krieg das mikro geht einfach nicht ich verstehe es nicht es ging einfach nicht an schon wieder ohne stimme sowieso waren es aber nur zwei scheiß level die sowieso meiner meinung nach zu viel fail hatten also ich habe da nicht wirklich viel gelabert also ist es zwar nicht so schlimm aber es geht ums prinzip ist ich hasse was ich will meine stimme drauf haben wenn ich es haben wollte na ja ja und zwar nehmen von meiner seite auf jeden fall gut zu wissen auf jeden fall viel spaß mit diesem part auch wenn da nichts wirklich erreicht wird oder auch überhaupt mit stimme schau ich bin ich bin ich bin es ich 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.